Servus Leidln! So! Hey, wer ist denn das? Wer ist denn der Geschockte? So, schauen wir mal. Sind... Ich echt da, ich bin das Ufo! So, das modernste Ufo! Bam 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 bam! Jetzt geht's ab, Alter! Das modernste Ufo! Oh fuck you! Ja da 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 da! Wir sind das Ufo! Bam! Bam! Oh fuck, ich seh nichts! Das Ufo ist einfach zu groß! Das Ufo ist zu groß! Nein! Nein! Ich bin abgestürzt! Das Ufo ist abgestürzt! Verdammt! Das Ufo ist abgestürzt! Das Ufo ist abgestürzt! Das Ufo ist abgestürzt! Das Ufo ist abgestürzt! Und das Ufo ist abgestürzt! Das Ufo ist abgestürzt! Das Ufo ist abgestürzt! Und das ist ein Ufo! Flieger und Ufos Seht ihr das? Scheiße Scheiß mich an Flieger und Ufos passen perfekt zusammen Oh fuck Das sind doch der Flieger Und ich bin ein Ufo Flieger und Ufos Perfekt Lasst einen Like da Das ist kein Mod Das ist GTA 5 Wie es lebt und lebt Oh fuck Jetzt bin ich bisher geschützt Oh fuck Ich hab den Flieger gehabt Oh fuck Ich soll echt ein bissel mit dem Ufo ein bissel aufpassen wie ich fliege Ist nicht gut Okay Leute Lasst einen Like da Euer Black Wolf Fliegendes Ufo